Das Thema des Gottesdienstes ist ja, was uns wichtig ist. Und wir haben jetzt halt in Minecraft nachgebaut, was uns wichtig ist. Als erstes haben wir hier ein großes Haus gebaut. Das steht für unser Zuhause, da uns ein Zuhause, also quasi ein Dach über dem Kopf, sehr wichtig ist. Dann haben wir ein Gehege gebaut mit zwei Schweinen, weil uns Haustüre sehr wichtig sind. Hier haben wir einen Weihnachtsbaum mit Geschenken gebaut. Der steht für Traditionen und Feste, da Festefeier natürlich immer sehr schön ist und Traditionen uns sehr wichtig sind. Zum Beispiel hier die Tradition, dass man dem Weihnachtsmann Plätzchen und Milchchen stellt. Spiele sind auch ein sehr wichtiger Teil unseres Lebens, weil wir gerne Zusammenspiele spielen mit Familie und Freunden. Dann geht's in die zweite Etage. Dort haben wir ein Bücherregal gebaut, da uns das Lesen und auch Bücher sehr wichtig sind. Die Musik ist auch ein sehr großer Teil unseres Lebens, weil wir beide gerne Musik hören, musizieren und generell sehr musikalisch sind. Deshalb haben wir hier einen Schallplattenspieler gebaut, der eine Schallplatte spielt. Für schöne Musik. Hier haben wir zwei Menschen gebaut, die sich an den Händen halten, da uns Freunde und Familie sehr wichtig ist. Und es ist uns auch sehr wichtig, dass niemand ausgegrenzt wird. Schlaf ist uns auch sehr wichtig. Und natürlich ein Platz, wo man sich mal ausruhen kann und runterkommen kann. Schlaf ist uns auch sehr wichtig.